Liebe BVB-Fans, liebe Fußballfreunde, in der Himmler von morgen herzlichen Glückwunsch. Der deutsche Fußballer hauerte Manni Burgsbrüller, eines der größten Idolen der Alina von Borussia Dortmund, hat er vor 69 Jahren überraschend gestorben. Manni Burgsbrüller war Mitte der 70er- bis Anfang der 80er-Jahre das Gesicht von Borussia Dortmund. Manni spielte nach dem Wiederaufschlägen ab Oktober 76 genommen sieben Jahre für den BVB. Mit 135 Toren ist der Bundesliga-Rekord-Torschütze des achtmaligen deutschen Fußballmeisters und von 1979 bis 1983 war er Kapitän der Mannschaft. Erst im Mai 1990, im Alter von 40 Jahren, bestritt er sein letztes Fußballspiel als Beruf. Ein großer Bewusstsein ist vor uns gegangen. Unsere Gedanken sind bei der Familie Angehörigen und Freunde des Verstorbenen. Ich bitte nun um einen Moment der Ruhe im Gedenken an einen ganz besonderen Menschen, an uns und Manni Burgsbrüller. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Nutzung haben wir zum Manni. Will never walk alone. Wir beenden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.